Ja, herzlich willkommen heute Abend in der Böll-Stiftung zu unserem Podiumsgespräch zu dem Thema Erfolgsmodell Tunesien. Tunesien hat letztes Jahr den Wahlmarathon hinter sich, die Präsidentschaftswahlen, davor die Parlamentswahlen und gerade jetzt in diesen Tagen bildet sich die neue Regierung, die wahrscheinlich Ende der nächsten Woche bekannt gegeben werden kann. Ich möchte gleich zu Anfang noch eine kurze Bemerkung machen. Wir hatten auch Herrn Zaid-Aidi eingeladen, der gewählter Parlamentsabgeordneter ist, Mitglied von Nida Tunes und jetzt aber letzte Woche am Freitag zum Gesundheitsminister vorgeschlagen wurde. Da die Abstimmung im Parlament über die Regierung im Grunde jeden Tag erwartet wird, konnte er leider nicht kommen. Und wir konnten das auch, wir haben das erst sehr kurzfristig mit ihm nochmal besprochen und konnten leider ihn jetzt nicht mit aus Tunes hierher bringen. Aber ich denke, wir haben ein sehr spannendes Panel mit Gästen aus Tunesien, aus Brüssel und auch von der SVP hier in Berlin. Ich begrüße ganz herzlich zu meiner Linken Frau Basma-Soudani aus Tunes. Frau Soudani leitet eine Organisation, nicht Regierungsorganisation, die League de Selectrice Tunisienne, die sich hauptsächlich zum Ziel gesetzt hat, die Beteiligung von Frauen in der Politik, aber auch in Wirtschaft und anderen gesellschaftlichen Bereichen zu fördern. Ebenfalls zu meiner Linken aus Tunesien, Herr Rafiq Halwani. Rafiq hat 2011 zusammen mit vielen Mitstreitern, sehr vielen jungen Leuten, das Wahlbeobachtungsnetzwerk Murakibun, Murakibun ist auch das arabische Wort für Beobachtung, gegründet und seitdem sehr intensiv mit ca. 4000 Mitgliedern des Netzwerks an transparenten Prozessen gearbeitet, zur Formulierung des Wahlgesetzes. Dann 2011 natürlich die erste freie Wahl Tunesiens und 2014, letztes Jahr, wie ich gerade sagte, den, ja man kann schon sagen, den Wahlmarathon, sehr erfolgreich und bedeutungsvoll mit begleitet. Willkommen hier in Berlin. Zu meiner Rechten jetzt Frau Isabel Wehrenfeld von der Stiftung Politik und Wissenschaft hier in Berlin. Habe ich das falschrum gesagt? Oh, tut mir sehr leid. Wissenschaft und Politik natürlich, SWP. Frau Wehrenfeld, ja, soll ich sagen, Spezialgebiet oder Gegenstand ihrer Arbeit ist hauptsächlich Nordafrika, Algerien und Tunesien, aber auch Marokko, mit einem besonderen Fokus auf den Sicherheitssektor, zumindest in den letzten Jahren. Und ich begrüße auch sehr herzlich Herrn Alessio Capellani. Herr Capellani ist der stellvertretende Leiter der Maghreb-Abteilung des Europäischen Auswärtigen Dienstes in Brüssel. Ein sehr guter Kenner Tunesiens, der auch viele Jahre in Tunesien verbracht hat. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier bei uns sind. Wie gesagt, in Tunesien mit den Wahlen und vor allem jetzt der Bildung der neuen Regierung sehen wir ein neues Kapitel der demokratischen Transition. Wir wollen uns heute hauptsächlich damit befassen, welche Herausforderungen die neue Regierung haben wird, was sind die größten Probleme und möglicherweise auch einige Aussagen treffen, welche programmatische Vision, wenn man das vielleicht sagen kann, auf Regierungsseite in dieser Richtung vorhanden sein kann. Bevor wir das aber machen, halte ich es für sehr wichtig, dass wir auch noch einen Blick zurückwerfen. Denn Ende 2013, Oktober, November 2013 in Tunesien konnte man sich kaum vorstellen, dass wir heute an dem Punkt sind, an dem wir wirklich angekommen sind. Damals hatte die Bevölkerung kaum Vertrauen in die öffentlichen Institutionen, dass sie wirklich in der Lage waren, demokratische Wahlen durchzuführen ohne Manipulation. Deswegen haben sich sehr viele zivilgesellschaftliche Organisationen und Initiativen gebildet, wie das Netzwerk Moraki Bun und auch die Organisation von Frau Sodani, die sich zum Ziel gesetzt haben, diese Prozesse zu beobachten, sicherzustellen, dass Verfahren und Gesetze eingehalten werden. Und deswegen möchte ich zunächst bitten, Herrn Rafiq Halwani, eine Darstellung zu geben dieser Arbeit und auch eine gewisse Rückschau auf das letzte Jahr. Und danach wird Frau Sodani uns über ihre Arbeit berichten und auch über das Thema, inwieweit Frauen an den Prozessen beteiligt waren. Danach kommen wir dann zu der Frage der Herausforderungen für die Regierung, Sicherheitssektor und auch vor allem, was die Europäische Union beitragen kann, was sie bisher beigetragen hat und wie die Aussicht auf die Zukunft ist. Ich möchte jetzt gleich bitten, Herrn Rafiq Halwani zu beginnen und er hat auch eine Präsentation vorbereitet. Vielen Dank, Herr Rafiq. Vielen Dank, Herr Rafiq. Vielen Dank, Herr Rafiq. 14 Janvier 2011, la Révolution tunisienne qui vient signer l'arrêt de 23 ans de dictature. Cette Révolution était basée sur des demandes sociales et économiques. C'est l'image clé, icône de la Révolution tunisienne, une révolution pour améliorer les conditions économiques du peuple tunisien. C'est l'homme à la baguette, on l'appelle comme ça à Tunis. On a vu de la violence, mais ce qui a caractérisé la Révolution, c'était des actions pacifistes et c'était le grand rôle joué par les femmes et par la jeunesse tunisienne dans la Révolution et dans la transition démocratique. 23 octobre 2011, les Tunisiens, après la Révolution, ont décidé d'avoir une nouvelle constitution, pas de changer seulement la constitution, de faire une nouvelle constitution à partir de zéro. 23 octobre, on a élit une assemblée, 217 sièges, le parti majoritaire qui est en bleu, à droite, c'est le parti An-Nahda, le parti islamiste, plus, avec la grande majorité, 89 sièges, et puis les autres, c'est donc beaucoup plus petits, et trois premiers, deuxième, troisième partis, ils ont fait une coalition qui ont gouverné avec 114 sièges sur 217. Premier gouvernement issu de cette majorité un peu juste, un mois après les élections, il a régné et un an, il y a eu des problèmes, il a commencé à avoir une grande fronde, 6 février, l'assassinat du principal leader de la gauche tunisienne, Chokri Belaïd, automatiquement, juste après, le premier gouvernement, il a démissionné, il a des sauts. Constitution d'un deuxième gouvernement en Tunisie, ça a pris du temps pour cette constitution, et la même chose, le 25 juillet, c'est la fête de la République en Tunisie, un deuxième assassinat, le deuxième leader de l'opposition tunisienne de gauche, il est assassiné et ça fait rentrer le pays dans une crise, le gouvernement, il est en crise, il est contesté, le bardot, c'est le siège du Parlement, pendant deux mois, il y avait des manifestations quotidiennes, ça atteint le point culminant le 13 août 2013, le jour de la femme, il y avait plus de 300 000 manifestants dans les rues, entre 150, moi, mon avis, c'était plus de 300 000, ça c'est le chiffre officiel, de participants avec une majorité de femmes pour demander l'amélioration de la situation en Tunisie et la société civile, principalement les associations de femmes ont joué un très grand rôle dans les meetings et aussi pour avoir une sorte de transition un peu claire pour ne pas revenir à ces images-là. Il y a eu le dialogue, les grands acteurs de la société civile ont fait qu'après trois mois de sit-in dans le bardot, on a l'adoption, le changement de la constitution et l'adoption du premier, de la première constitution moderne dans le monde arabe. Par moderne, c'est une constitution qui a été votée et qui impose l'égalité entre hommes et femmes et qui impose aussi le droit de choisir sa religion. Parmi les critères, si on compare par rapport aux autres constitutions de la région arabe au Moyen-Orient, c'est la plus démocratique et la plus avancée. Cette image, cette image, on va dire culte aussi en Tunisie, c'est l'image du vote 200 pour, 12 contre et 4 seulement abstentions. Ça a été fait grâce au grand effort de la société civile qui ont évité l'affrontement et on a pu avoir un texte de la constitution qui est vraiment occupé de la grande part incluant les islamistes, les séculaires, les progressistes, les ondes les plus conservateurs. Tout le monde en est d'accord avec cette constitution. Procès constitutionnel terminé en rentre directement dans les élections. 26 janvier, adoption de la constitution et les constituants, les parlementaires, ils ont décidé que la Tunisie doit avoir des élections en 2014. Janvier, ils décident qu'on doit avoir les élections avant la fin 14. Une élection législative, élection présidentielle premier tour et élection présidentielle deuxième tour. Élection indépendante, ça a été la demande de la société civile tunisienne parce qu'avant c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait toutes les élections et donc il y avait beaucoup de fraude et beaucoup de trafic. On a pu avoir une institution libre ça a été fait depuis 2011 et en tant que société civile on a suivi de très près la constitution de cette instance électorale parce que nous on était avant on travaillait depuis 2011 elle a été élue fin 2013 et elle a commencé à travailler en 2014 et on a aussi travaillé sur le process électoral depuis le début. Les élections ce n'est pas seulement le ID le jour du scrutin ça se joue avant la loi électorale tout ça et c'était des choses un peu difficiles. Nous en tant que société civile on a voulu être vraiment positif comme c'est écrit on relève beaucoup d'insuffisance mais on fait des propositions à chacune des étapes du processus électoral. En Tunisie on ne vote pas directement théoriquement tous les citoyens ont le droit de vote mais pour voter il faut aller s'enregistrer en tant qu'électeur c'est une procédure on peut la faire elle est simple soit par internet soit par téléphone ou on se déplace donc on a suivi tout le process d'enregistrement juste aux candidatures aux campagnes il y a eu des petits dépassements lorsqu'on trouve des choses qui ne vont pas au niveau de la commission indépendante indépendante ok on doit être sûr qu'elle ne travaille pas pour un parti ou pour un autre donc on a fait énormément de travail sur le terrain et on a pu le faire parce qu'on a été supporté par des organisations comme la Handelsberg donc merci pour des actions de long terme c'est des projets de 6 mois d'un an on suit le process jour par jour et on fait des recommandations des recommandations concrètes c'est pas seulement des paroles et paroles et comme disent les Italiens c'est des choses vraiment excuse-moi c'est pas comme font comme disent les Italiens non non ils font de bonnes pastes et de bonnes donc on a fait des actions et on a changé plein de choses au niveau de la loi au niveau des techniques d'implémentation élection législative 2014 ça c'est le 26 octobre on voit que contrairement à ce qu'il y avait en 2011 il n'y a pas eu un parti qui est dominant on a en rouge c'est le parti au pouvoir il n'existait pas en 2011 parti en rouge c'est celui le parti qui était le vainqueur en 2011 et donc et on a plus d'autres partis donc c'est un on va dire un environnement un peu bipolarisé mais il n'y a pas une hégémonie d'un parti sur les autres ces deux petites images ils montrent un petit peu le paysage ça c'est la Tunisie un petit pays on n'a pas de l'Inde donc c'est un pays centralisé c'est un seul état mais c'est des gouvernements et on montre un petit peu les résultats de l'élection législative ce qui est un peu bizarre et on peut le voir c'est que ce qui est en bleu ce qui est en bleu c'est le parti qui n'a pas gagné il a eu la grande partie du pays mais le parti il est en rouge c'est celui qui a eu le plus de sièges parce que la Tunisie ces zones ici ça correspond un petit peu au désert c'est les zones les moins peuplées il y a le moins d'électeurs donc ça nous donne un pays quasiment divisé en deux le sud il vote pour le parti Nava et le centre et le nord ils votent plus pour les autres partis et principalement pour le parti qui a gagné actuellement c'est le parti Nidetouns donc on a commencé à avoir ça c'était pour les législatives avant les élections présidentielles quelques tensions etc on parlait de beaucoup de régionalisme et on a eu peur on commençait à avoir des voix et des discours politiques eux contre nous nous contre eux et aussi à mettre en doute la crédibilité de l'instance électorale et on peut l'imaginer les gens qui habitent ici tous ils votent pour le même parti ou pour le même candidat ils vont se dire notre candidat il va gagner donc c'était un peu difficile pour nous ce qu'on a fait on a décidé en tant que aussi société civile de jouer un petit peu la transparence jusqu'au bout nous on fait une tabulation parallèle des votes on a des techniques qui nous permettent c'est comme les sondages sortis d'urne de valider les résultats notre organisation Moura Kiboun avec d'autres collègues de la société civile on a travaillé tellement on a travaillé depuis 2011 on bénéficie d'une excellente image de marque et de confiance en général des partis politiques et des la population en général on n'est pas partisans on ne travaille pas pour les partis on essaie d'être neutre et donc on donne aussi notre lecture des résultats avant qu'ils soient officiels on a fait beaucoup d'actions lorsqu'on voit des abus de la part des campagnes électorales des partis politiques ou des candidats on les dénonce on a fait même des projets dans le cadre de notre observation long terme d'observation d'internet de Facebook des nouvelles médias et on voit un petit peu les dérives tout ça ça nous donne la possibilité aussi d'être crédible et lorsqu'on dit que les élections le candidat en l'occurrence Cepsi il a gagné avec ces taux là donc ici ça vient le taux officiel de l'instance électorale s'il est dans la marge ça veut dire que c'est bien ça c'est l'utilisation des techniques des technologies de la statistique pour valider des élections pour nous notre rôle c'est de donner plus de transparence plus de trust plus de confiance dans le processus électoral la Tunisie elle a beaucoup de chantiers on est un pays jeune pas beaucoup de population on a un grand potentiel mais il faudrait qu'on dépasse cette période de doute et établir des institutions dans lesquelles toute la population elle croit on doit croire dans notre système de droit dans nos tribunaux et aussi dans l'instance électorale nous en tant que société civile lorsqu'on voit des défaillances on les relève mais on ne critique pas seulement pour la critique on critique et on donne des solutions et notre but c'est de renforcer nos institutions et in fine renforcer le trace de la confiance de la population tunisienne dans ces institutions et merci nicht so hoch war, sondern eher sehr niedrig. Ein Problem, sicherlich ein Problem für das neue demokratische System. Ein weiteres, worauf du hingewiesen hast, die Polarisierung, die sich geografisch dargestellt hat, inwieweit das eine der Herausforderungen für die Zukunft des Landes sein werden, werden wir sicherlich noch besprechen. Aber jetzt möchte ich erstmal Basma Sudani bitten, Ihren Beitrag zu leisten über die Arbeit Ihrer Organisation, aber auch der Analyse aus Ihrer Sicht, inwieweit Frauen an den Prozessen beteiligt sind und die Möglichkeit haben, um aktiv zu gestalten und sich einzubringen und den Gleichheitssatz, der in der Verfassung festgelegt ist, auch wirklich politische Realität werden zu lassen. Vielen Dank. 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 . . Vielen Dank. . Vielen Dank. . 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 ... . 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 Vielen Dank. Applaus. Applaus. Eine ganze Bandbreite von verschiedenen Sektoren, in denen Reformen dringend anstehen, von dem Assoziations- und Freihandelsabkommen über die inneren Reformen, Sicherheitsreformen, Wirtschaftsreformen, Justizsektorreformen. Das ist also die Phase, in der sich Tunesien und der tunesische Staat jetzt befindet. Ich möchte gerne unsere beiden Gäste aus Tunesien fragen einmal. Frau Soudani, die Frage des Sicherheitssektors, die Frage der demokratischen Kontrolle des Sicherheitssektors, gibt es möglicherweise durch die Präsenz derer, die schon damals unter Ben Ali im Sicherheitssektor waren und weiterhin im Sicherheitssektor sind, besonders im Innenministerium, gibt es dadurch eine gewisse Rückwärtsentwicklung, eine Wiederkehr des alten Regimes. Sehen Sie das so als Organisation der Zivilgesellschaft, die ja die Transformationsprozesse monitort und beobachtet und auch die Funktion eines gewissen Korrektivs hat? Insbesondere, um das an meine Frage anzuschließen, wir ja ein durch die Verfassung sehr gestärktes Parlament haben, aber auch eine Mehrheit in diesem Parlament, die eine sehr starke Bindung zu dem Präsidenten Bejikai Zepsi hat, um es so auszudrücken. Die Frage nochmal, ist die Sicherheitssektorreform vor dem Hintergrund einer möglichen Rückkehr des alten Regimes eine der Prioritäten in der Zivilgesellschaft? Wie würden Sie das beurteilen? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich möchte, dass ich auch auf die Bildung des Zivilges und die Bildung des Zivilges und die Bildung des Zivilges. Ich komme zu das ein bisschen. Aber ich réponds zu Ihre Frage, erst einmal. Ich denke, dass, selbst wenn Niede Tunes, ein Parti lier zu Zepsi, Zepsi, das hat über den ersten Jahren über den ersten Jahren über den Binnen und die Ministerpräsidenten, der Erkrankung des Zivilges und die Erkrankungen der Erkrankungen des Zivilges und die Erkrankungen des Zivilges. die lange Zeit haben und die Diktatur gegründet. Wir können nicht sagen, die sehr wichtig sind, wie Bouchra Abelhajahmida, Saida Garraj, wie viele andere, die in diesem Parti politik und im Büro des Décideurs, in diesem Parti politik, und sie sind, und sie sind noch, die militanten des droits des hommes, und auch die militanten, ich würde sagen, die auch die Leute, die internationale, in den Konventions internationalen. Ich denke, dass es ein Parti, dass es in diesem Parti eine dynamische Dynamik ist, und wir sehen, während dieser neuen Gouvernement in Tunisie, dass es in diesem Parti eine große Verteilung ist, die diese Tendanz zu einer Diktatur, noch einmal. Aber wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, haben diese Personen, die Sie erwähnt haben, das linksliberale Spektrum, in Nidatunis auch politisches Gewicht, können Sie sich Gehör verschaffen, und können Sie Einfluss nehmen auf die wichtigen Entscheidungen, die wichtigen großen Reformentscheidungen, die jetzt anstehen? Ja, das ist sicher, aber auch nicht nur die Situation tunisienste, von Menschen, die Menschen, die Menschen, die Menschen, die Menschen, für eine Constitution, und die Constitution ist eine sehr rechtliche, die alle applaudieren. Diese Constitution wird in den Leiden, und es gibt eine soziale Gesellschaft. Wenn sie sich die Welt umge-deckte, um eine Diktatur zu bewegen, sie hat gesagt, es gab es nicht. Es gab es eine Settin-Debardow und es gab es ein Veränderungen in diesem Land. Ich denke, dass diese Geschichte, die 4 Jahre Jahre alt, hat ermöglicht, dass die Tunisien und Tunisien sehr gefährdeten und vigilante und dass es keine Rückkehr zu einer Diktatur gibt. Ich denke, die soziale Gesellschaft, sie spielt einen sehr wichtigen Räumen, als eine große Herausforderung, als eine soziale Gesellschaft vigilante, und sie keine Rückkehr zu einer Diktatur gibt. Wir können auch nicht in dieser Szene vergessen, den Räumen des Medien tunisien. Es gab eine Explosion des Medien indépendantes, und diese Medien ist auch sehr vigilante, bei der Frage der Freiheit und der Diktatur. Ich komme auch auf ein Punkt, die von Ihnen über die Armee zu erwähnen. Ich denke, dass die Armee tunisien, ist ein Punkt sehr fort, bei dieser Révolution und dieser Transition. Warum? Es ist eine Armee républicaine die Armee, die Armee und der Diktatur, die Armee tunisiens und tunisiennes. Es ist eine Armee vielleicht faible, weil sie nicht die Möglichkeiten haben, aber es ist eine Armee sehr, ich würde sagen, und der Diktatur und der Diktatur, die Armee und der Diktatur sind. Und wenn wir uns anschauen, oder wir uns anschauen, mit dem Ägypten, mit dem Ägypten, wo es ein Rückkehr zu einem Staten, und mit den anderen Ländern, die in einem Staten, auch in den MENA, ich denke, dass der Tunisien, ein von den Hauptschluss, ein von den Hauptschluss, ein von den Hauptschluss, zwei Räussite, war diese Armee républicaine die hat diesen Etat und die nicht hat einen politischen Partizisten gegenüber einem anderen. In all diesen Transitions in Tunisie, fünf Gäuvernements sind geändert und ohne Intervention von der Armee. Das, es ist ein Modell, ich denke, das ist die von vielen Thässen in der Demokratie in general, nicht nur in der MINA. Also, ich denke, dass diese Armee ist, in diese Armee ist, für die Equipen und für die Chance, eine Räumung sicherheit, nicht nur im Material, sondern auch in den Erfahrungenen und in den guten Pratiken von anderen Ländern, weil es eine Art für ein bisschen stärker ist, dass es in der Armee oder in der Sicherheit ist, ich les liens zusammen. Ich habe eine Aussage, die wir als Organisation, die auf die Ereignisse Während der Ereignisse in 2014, in der Erwartung, wir hatten eine Präsentation von der Armee und der Säkürtänen. Insofern, wir hatten, in jedem Büro, fünf Soldaten und Militärer oder Personen in der Säkürtänen, dont zwei Femme, qui portait des armes et qui défendait ces élections. Et je pense que c'est un acte très symbolique par rapport aussi à la présence de la femme dans la protection de la Tunisie, de la sécurité et d'un processus démocratique. Merci. Also, eine, vielen Dank, eine durchaus positive Sicht auf den politischen willen, die Reformprojekte in diesem Bereich durchzubringen. Herr Helwani, Sie haben erwähnt den Unterschied zwischen Nord und Süd in Bezug auf die starke Zentralisierung. Sehen Sie auch einen politischen Willen, der eine Dezentralisierung voranbringt, um diesen Gegensatz, der in Tunesien offensichtlich sehr im Vordergrund steht, zu entschärfen und einen Ausgleich zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen und Landesteilen und sozialen Gruppen voranzubringen. Ich komme, wenn Sie Sie bitten, eine 30 Sekunden auf die Frage der Polizei und der Reformen des Ministeriums. Ich bin nicht so optimistisch wie mein Kollege. Ich bin nicht so optimistisch. Ich bin nicht so optimistisch, ich bin nicht so entschuldigt. Ich bin nicht so optimistisch. Ich bin nicht so optimistisch. Wenn ich eine penetr��iere bedrofst, wenn du sstördienst wird, dass die sehr viktige sein muss, wenn du sehr, sehr, sehr! Und die Ministerpräsidenten hat, zum Beispiel die Armee in Tunisien-Eljouis, hat eine bessere Verhältnisse als die Polizei. Pendant la Révolution, elle était neutre et n'a pas joué le jeu ni avec ou contre. Donc elle a protégé la population. Et donc c'est vrai. Actuellement, il y a l'histoire des tribunaux militaires. Donc ça doit être vraiment clarifié dans les lois que les tribunaux militaires ne doivent pas avoir la possibilité de juger un civil. Donc c'est encore des trucs au niveau réglementaire à améliorer en Tunisie. Mais une vraie question, c'est le ministère de l'Intérieur, les forces de sécurité, il y a encore des abus, etc. C'est vrai qu'en comparant par ce qui se passait avant, les chiffres sont très nettes augmentations. Il y a beaucoup moins de... Avant la torture, c'était un instrument entre guillemets légal, donc recommandé dans les interrogatoires et surtout dans les questions relatives au terrorisme. À la limite, on pense que si on arrête un activiste des droits de l'homme, on ne le torture pas. Mais un terroriste, pour avoir des informations, ok, il va exploser un building dans une ville, ok, donc à la limite, c'est normal. Et donc c'est... Il y a une grande refonte, total, profonde. Et ça, je pense qu'il faut avoir du courage politique pour le faire. C'est... C'est... Courage politique dans ça. Et je reviens au... Bevor wir zu dieser Frage zurückgehen, möchte ich dann nochmal die Frage, die ich vorhin nicht gestellt habe, an Isabel Wehrenfels stellen. Sie haben gesagt, besonders im Hinblick auf die innere Sicherheit und die dem Innenministerium unterstellten Dienste und die Praktiken, die gerade erwähnt wurden, woran liegt es eigentlich, dass es diese Reformen, die ja auch stark von der EU unterstützt worden wären, wenn es Akteure gegeben hätte, die sie durchgeführt haben, woran liegt es, dass der politische Wille dazu offensichtlich nicht da war oder, wenn er da war, selbst in der Regierung, der Troika, wieso der sich nicht durchsetzen konnte? Ich finde, die Frage ist nicht sehr leicht zu beantworten, aber ich glaube, es hat schon sehr viel damit zu tun, dass, also wenn man wirklich ans Innenministerium rangeht und da Reformen macht, dann gehört ja letztlich auch Vergangenheitsbewältigung dazu. Aufarbeitung von Verbrechen der Vergangenheit, es würden wahrscheinlich weitere Köpfe rollen müssen. und ich glaube, dass, und das ist ja auch das Positive an Tunesien, dass man so konsensorientiert ist und dass man sagt, man versucht damit, möglichst mit all diesen Sachen behutsam umzugehen. Und ich würde jetzt, also, ich würde nicht so weit gehen, dass ich sagen würde, es ist, der politische Wille ist absolut nicht da, etwas zu tun. Aber ich würde gerne Ihre Frage anders drehen. Er hat sich ja nicht durchgesetzt und zur Illustration dessen, der Premierminister der Troika-Regierung, zum Beispiel, Ali Laraiz, hat zehn Jahre im Gefängnis verbracht. Und hat selber auch nicht wirklich etwas getan, um quasi die Mentalität... Genau, diese Regierung hat das nicht nach vorne gebracht. Genau. Und auch... Um eine neue Sicherheitskultur letztlich zu etablieren. Aber ich würde gerne etwas allgemein zu der Frage, ob man zur Diktatur zurückkehrt oder nicht. Ich finde es letztlich zu früh, irgendwelche Prognosen zu stellen. Ich glaube auch, dass Frau Sudani völlig recht hat, dass man das nicht an Personen aufhängen kann. Ich glaube, es ist für mich dieses Jahr letztlich das Jahr der Wahrheit, was die Demokratiefähigkeit von Nieder-Tunis, so heterogen es ist, aber was die Demokratiefähigkeit von Nieder-Tunis betrifft. Und da gibt es klare Indikatoren, glaube ich. Und daran wird man sehen können, wie weit sie bereit sind zu gehen. Zum Beispiel das Antiterrorismusgesetz, was demnächst wieder verhandelt wird. Je nachdem, ob das Tür und Tor für Repression wieder öffnet. Und kann man dann ersehen, wie demokratiefähig diese Partei ist, die dominant ist. Die Frage tatsächlich auch des Umgangs mit den Wahlverlierern, mit dem Süden, was dann sich in den Gesetzen über die Dezentralisierung und auch wie weit man bereit zu gehen ist, im Übertragen von Kompetenzen, auch finanzieller Art, zeigen wird. Vergangenheitsbewältigung und der Umgang mit der Meinungsfreiheit. Also wie stark wird man versuchen oder wird man gar nicht versuchen, Kritiker zum Schweigen zu bringen. Ich glaube, daran kann man ermessen, ob es eine schleichende Rückkehr geben wird im kommenden Jahr. Oder ob, also ich würde da keine Prognosen stellen, oder ob der Prozess sich weiter konsolidiert in Richtung Demokratie. Und doch eine Sache, vielleicht doch die starke Zivilgesellschaft stimmt mich extrem optimistisch. Weil sie bisher als Korrektiv immer in kritischen Situationen fungiert hat. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft so sein. Die Zivilgesellschaft in diesen Fragen, die wir jetzt gerade diskutieren, Reform der inneren Sicherheit und der Aufarbeitung der Vergangenheit, sich eher nicht auf diese Themen stark konzentriert hat, sondern auf die anderen Themen Wahlen, Verfassung, Freiheit. Richtig, aber die sind ja jetzt alle durch, wenn man so will. Das heißt, es gäbe jetzt freie Kapazitäten. Und man wird sehen, worauf sich die Zivilgesellschaft konzentrieren wird. Darf ich die Frage gleich weitergeben an Rafiq Halwani? Zurück zu der Dezentralisierung ist das eines der großen Themen. Und sind das die Themen, die gerade genannt wurden, sind das Themen, mit denen Sie sich jetzt beschäftigen werden. Nach vier Jahren der Konzentration auf hauptsächlich Wahlen, aber auch die demokratischen Prozesse und die demokratischen Freiheiten festschreiben. Jeden? Ja, on a commencé zu arbeiten über diese Themen. Die Tunisie ist ein Etat vraiment centralisiert, der begeistert sich auf die toolbox, die frische Formen. Wir haben nicht ein Etat dézentralisiert. Wir haben ein Konzentrat mit einem ziemlich militärsbestätigen Kursen, mit denen die schützen, wie sie alles planifizieren. Und auf die Regierungen haben wir 24 Regierungen, mit jeder Gouverneur an. Das sind nicht die Institution Elie, sondern die Regierungen. Die einzige Institution Elie, auf die Regierungen, sind die Municipalität, auf die Ville. In den Zonen Ruralen, das sind nicht wirklich die Ereignisse. Die neue Constitution, aktuell, impone, dass der Land der Regierungen, die vor allem, die Regierungen werden, die Regierungen haben. Und wir werden die Regierungen auf die Regierungen erledigen. Und wir werden die Regierungen, die sogenannten Regierungen, die Regierungen, die Regierungen sind. Und die Regierungen sind die Regierungen. Das ist eine neue Beziehung. Und ein Punkt, die Regierungen sind. Die Constitution gibt es nicht viele Details. Wir wissen nicht, was die Präugative von diesen Regierungen ist. Aber es kann sein, dass es blöd ist. Es ist ein Problem. Es ist kein Problem. Aber es ist wirklich glücklich. Denn es hat die Regierungen auf die Bevölkerung, auf die Gesellschaft, die Bevölkerung, die Regierungen werden, die Regierungen werden, die Regierungen auf die Regierungen machen. Und das ist ein bisschen die Decentralisierung. Und wir haben viele, wir haben, wir haben, wir haben, dass wir viel zu stellen, auf die Regierungen haben, d'une manière vraiment participative. Actuellement, la population locale ne décide presque rien. Tout est centralisé. Même au niveau des choses très petites, au niveau des voies, au niveau des... Est-ce qu'on fait une école, est-ce qu'on fait un petit hôpital de campagne, etc. Rien n'est décidé au niveau local et la population, elle n'est même pas... C'est-à-dire, elle n'est même pas consultée. Donc, ça nous donne des aberrations. On fait des projets que la population n'a pas demandé et qu'elle n'a pas besoin. Donc, on a vécu un peu dans cette logique. Actuellement, on pense que c'est une opportunité pour nous de travailler, de donner la parole aux citoyens, de les impliquer dans leur quotidien, parce que s'ils ne s'impliquent pas, ils ne vont pas être... Si on ne les consulte pas, on ne les implique pas. C'est-à-dire, on essaie de voir beaucoup plus d'implication des citoyens dans la vie politique, même au niveau régional. Les citoyens et les jeunes. Moi, je ne voulais pas entrer trop dans les détails, dans l'ancienne, dans la présentation que j'ai faite. Les élections tunisiennes, on a, sur la population qui est inscrite pour voter, on a eu à peu près 70 % de participation le premier tour, les législatives, et puis 65 et 62 %. Mais la part des jeunes, elle est très minime. Un jeune sur trois, seulement, il est allé voter. Même moins dans certaines régions. Ça descend à un jeune sur quatre. Pourquoi ? Parce que les jeunes ne s'intéressent pas. Ça veut dire que les gens n'ont pas pu... Une question là-dessus. S'il y a 2015, 2016, des décisions communales, qui un nouveau, décentralisé système en fait ? En fait, il y a deux avis en Tunisie, Matt. Il y a un avis sur... Il y a un avis qui dit que les élections municipales vont se passer en novembre 2015. Il y a un autre avis qui dit non, 2015, ça va être l'année de réflexion sur un modèle de décentralisation. Quel modèle on va adopter ? Parce que ce n'est pas clair comme vient de l'expliquer M. Halwini. Et aussi sur la loi électorale municipale et régionale. Donc, il y aura cette réflexion en Tunisie. Après mi-2016, au milieu de l'année 2016, on va avoir des élections municipales. Il va y avoir au début de l'année la préparation des partis politiques par rapport à leur campagne électorale. Et on va voter vers la loi électorale aussi. Donc, je pense que ces deux avis... Déjà, le président de l'instance indépendante pour les élections, il ne sait pas vraiment si on va avoir des élections en 2015 ou en 2016. Ce qui est certain, c'est que c'est la société civile maintenant qui est en avant par rapport au Parlement, qui est en train encore de voter par rapport à ce règlement intérieur. Il va finir ça le 2 février. Et la société civile, elle est en avance par rapport aux partis politiques et par rapport au Parlement, par rapport aux propositions de loi électorale, loi et quel modèle de décentralisation, et aussi par rapport à la préparation des candidats et candidates aux élections, renforcement de leur capacité, et aussi à sensibiliser les gens vis-à-vis de leurs droits en tant que jeunes ou femmes ou hommes pour aller voter, parce qu'on a remarqué, comme on vient de le dire, que les jeunes, il y a peut-être, si je corrige-moi, Rafiq, peut-être 14 % pendant les élections de 2014 qui ont voté, et 20 % les femmes en 2011. En 2014, on sait que les femmes qui se sont enregistrées sont 50,5 %. Pour les jeunes, on sait que le chiffre est alarmant, mais je n'ai pas vraiment le chiffre exact. Mais ce qui est certain, c'est que par rapport aux élections municipales, les gens, les femmes, je pense, et les jeunes vont s'intéresser plus à leur localité et vont vouloir exercer leurs droits, leurs droits en tant que citoyens dans leur localité, mais aussi quel genre de décentralisation, quel modèle de décentralisation, ça c'est un vrai dialogue en Tunisie. Et sur cette thématique, on veut devenir, et on essaie de faire une force de plaidoyer, proposer des solutions, proposer, ça ne sert à rien, de réinventer la roue. Il y a plusieurs modèles qui ont bien marché ou qui n'ont pas marché dans le monde. Donc nous, on cherche à avoir un petit peu des échanges d'expérience, prendre plusieurs avis et essayer d'adapter et d'essayer et de faire aussi participer les populations locales, les élus, etc., pour essayer de sortir dans les meilleurs délais avec des propositions de projets de décentralisation vraiment adaptés à notre réalité économique. Und die Wahlen wären ein wichtiger Indikator dafür, dass ein weiteres oder eins der wichtigen Reformprojekte in Gang kommt, vielleicht 2015 oder 2016. Herr Cappellani, ich habe Sie mehrfach übergangen, möchte Ihnen die Gelegenheit geben, jetzt zu diesen beiden Themen, die wir besprochen haben, Reformprojekte, Dezentralisierung und Sicherheit, Sicherheitssektor, aus Ihrer Sicht über die, oder über Ihre Sicht der EU uns Auskunft zu geben. Vielen Dank. Par exemple, der Präsident aktuell war der Premier ministre in 2011 bei der Tunisie die größte Konvention internationale in der Reise des Hommes. Es geht jetzt darum, um zu ermöglichen, um zu ermöglichen, um diese Konvention internationale zu ermöglichen. Wir haben die Frage von der Torture. Egal, dass die Tunisie die Konvention internationale für die Lutte gegen die Torture hat, wir haben jetzt eine Instanz zu ermöglichen, um zu ermöglichen die Prävention des Casen der Torture, etc. Es geht darum, die Impunität zu ermöglichen. Ein des Problems in der Tunisie, ist, dass es die Prävention des Tortures sicherlich sind, nach der Ende der Diktatur. Es gibt noch noch die Situation. Und es ist sehr schwierig für jemanden die victime von einem Art der Torture zu können, um ein Juge zu sein, weil es noch ein Problem ist, dass die Probleme resten von dem alten System und dem alten Regime. Also, in dem Moment, es muss sich auf die Räforme der Justiz. Und selon die Nouvelle Constitution, die Tunisie, d'ici les mois d'avril, wird eine Instanz supérieure auf dem System Judicial die garantiert l'indépendanz des juges bei Rapport des pouvoirs exécutifs. D'ici ein Jahr, die Tunisie wird eine Kurskonstitutionelle, dont ein Tiers des membres viendra von dieser Instanz auf dem System Judicial. Also, die Fragen auf die Tablet, die Tiers, die Tunisien und die Tiers, die Tunisien in diesem Sinne, sind enormes. Es ist sehr schwierig zu lesen von den anderen, weil wir, letztendlich, alles sind zusammen. Und ich denke, dass die Europäische Union, die internationalen und die Tiers wollen in diesen Prozess Das ist, dass wir in diesem Zusammenhang mit dem Zusammenhang mit dem Zusammenhang mit dem Zusammenhang mit den Vereinigten Staaten, die Ausgaben, die Expertise, die Möglichkeit zu arbeiten. Zum Beispiel, die Europäische Union, im Moment der Diskussion über die Constitutionen, hat mit dem Conseil der Europäischen Union, um die Tunisie zu benötigen, von der Technik-Technik-Technik-Technik-Technik-Technik-Technik, auch in der Redaktion der Constitution. Die Tunisie, die Mitglied des Conseils der Europäischen Union, der Kommission des Vénisses und die Constitutionalisten, die in der Tunisie haben, haben einen rapport auf die Constitution tunisien, und ebenso zu helfen, in den processen der Redaktion der Constitution. Also, die verschiedenen Elementen sind zusammen, und das sind enormes Herausforderungen. Das müssen wir sehr schnell durchführen. Es ist wahr, dass wir heute sagen, die politische Transition ist hinter uns. Wir müssen jetzt konzentrieren auf die Fragen socio-economischen, aber die politische Transition ist noch da. Und in den nächsten Wochen, in den nächsten Jahren, es gibt viel Arbeit zu machen in dieser Sache. En das Thema, in der Europäischen Union, wir haben, in der Europäischen Union, eine große Priorität für 2015. Und da auch, wir warten, mit dem neuen Regierungen, welche sind die Orientierung der Autorität. Wir haben gesagt, dass wir, als Europäische Union, wir haben, wie 28 Erfahrungen in der Europäischen Union, in der Regelung der Stiftung, die Stiftung, die Stiftung, die Stiftung, die Stiftung, die Stiftung, die Stiftung, etc. Wir haben gesagt, dass wir sicher, dass die Tunisie funktioniert, heute, als wir in den Europäischen systemen, wie wir die Erfahrungen in der Europäischen Union, haben wir gesagt habe, dass wir äußisch präibleren von uns- und unterschiedlichen Erfahrungen in Deutschland Es gibt nicht nur ein Modell, es gibt ungefähr 28 Modellarten. Es ist für Sie, dass wir die Formel, die Dinge die beste beste besteque solve, die sich überhaupt für die Tünise ist, um diese Anfänger zu bestimmen. in partageant unsere Erfahrungen diverser, zu finden ihre eigene Demarche. So, das, wiederum, wird viel Zeit genommen. Wir gehen nicht aus einem System centralisieren an ein System dézentralisieren. In ein paar Wochen, in ein paar Wochen. Es ist auch klar, dass es die politische Karte gibt, die sind hinter das. Wenn man die Karte des Voters, die Partik, die gewinnen die Sälektions-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale. Das ist eine Frage, wie man sich auf die Sälektions-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale-Nationale Wir haben noch ein paar Minuten für eine ganz kurze, letzte Schlussbemerkung von unseren drei Panellisten. Ich habe jetzt Ihre Bemerkung schon als Ihre Schlussbemerkung mitgezählt. Ich würde gerne Frau Wernfels bitten, vielleicht aus Ihrer Sicht noch die Frage des Sicherheitssektors mit Hinblick auf die EU und die Aussage von Herrn Capellani auf einen kurzen Punkt zu bringen. Ich würde eigentlich gerne auf einen anderen Punkt kommen, wenn ich darf, als Schlussbemerkung. Wir haben vorher die Jugendlichen erwähnt, die sich quasi nicht mehr engagieren in dem politischen Prozess. Und ich glaube, es gibt ein Problem, und es wurde heute Nachmittag, als wir diskutierten, von Herrn Capellani bereits erwähnt, nämlich, dass der Prozess kurzfristig für die Bevölkerung keine Früchte getragen hat bisher. Und ich glaube, das ist eine der ganz grossen Herausforderungen, die Bevölkerung und nicht nur die Jugendlichen, sondern alle bei der Stange zu halten. Für diesen Prozess, es gibt Umfragen von 2012 und 2014, was die Tunesier, also was immer man jetzt von solchen Umfragen hält, aber ich glaube, die sind relativ repräsentativ, von Demokratisierung halten, welche Regierungsform sie für die beste halten. Und 2012 haben 63 Prozent gesagt, es ist eine demokratische Regierungsform und es waren nur noch 48 Prozent 2014. Und ich glaube, das ist eine ganz schwierige Entwicklung, weil Demokratie, für Demokratie braucht es all die Reformen, die wir erwähnt haben. Es braucht die Verfassung, die Institutionen alle, aber es braucht vor allem auch die Bevölkerung, die daran glaubt. Und das wird eine ganz große Herausforderung sein. Sorry, dass ich jetzt nicht zur Sicherheit... Das war auch, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt, der vorher auch schon in der Diskussion rauskam. Wir haben auch noch einige Zeit, um Fragen aus dem Publikum hier zu nehmen. Bevor wir das machen, möchte ich aber unseren beiden Gästen aus Tunesien wirklich ganz kurz noch die Gelegenheit geben, auch einen letzten Satz zu sagen. Für mich, ich denke, das Parlement ist das Parlement, der wichtigste Parlement in der Zukunft der Tunisie ist. Denn es ist ein Parlement, der wird diese Constitutionen, das ist ein Parlement, der eine wirkliche Mosaik ist. Das ist ein Parlement, der sich in der Welt, der sich in der Kultur, der sich die Welt überlebt, oder auch sehr moderne, ausfüllen, und die vor einer modernen Formen. In einer anderen Seite, ich denke, dass der Sitzschluss war, der sich in der Kürzei war, Und er hat zwei sehr wichtiges conventions. Die von der Torture, und ich denke, dass es ein sehr courageux ist. Und der letzte, das ist die Ratification der SEDAO, die ist die Convention gegen den ganzen Schleuner gegenüber den Frauen. Das war die erste Regierung von Seppsi 2011. D'accord. 2011. Ja, das habe ich gesagt. Aber ich sagte, dass die Tete von Seppsi, die jetzt, haben wir Angst, dass sie eine Diktatur zurückkommen. Also, ist es die Macht der SEDAO, und diese Institutionen in Tunisie, und die Vigilanz der SEDAO, der Medien, der Menschen tunisierens? Und ich denke, dass es vielleicht ein Parti intelligent ist. Und er hat die Leccein der Troika, die gewährle und nicht gewährleust. Und der Tunisien ist er in den SEDAO, pour demander d'avoir des élections très vite et un gouvernement transitoire de technocrates. Donc, je pense que c'est très important de mentionner tous ces facts qui sont très importants. Ce Parlement, c'est un Parlement très important, donc il faut le soutenir et il faut renforcer les capacités de ses députés. Il faut aussi, je pense, tester ce gouvernement. Est-ce que c'est un gouvernement qui a eu des leçons très importantes à travers les quatre ans, l'échou de ce gouvernement de Troïka et aussi il a ratifié deux conventions très importantes ? Ça, c'est un autre volet aussi. Et le troisième volet, je dirais, la société civile, il faut aussi qu'elle montre qu'elle est toujours là, qu'elle n'est pas fatiguée, qu'elle est toujours présente et qu'elle joue son rôle en tant que force de proposition par rapport aux lois municipales, la décentralisation et à tous les textes de loi qui vont être rédigés. C'est une société civile qui doit aussi jouer le même rôle du Parlement en parallèle et elle va garder cette vigilance et cette unité entre elles. Parce que je pense que ça, c'est très important d'être unis en tant que société civile et passer à constituer des réseaux de sociétés civiles qui travaillent sur des thématiques bien précis par rapport aux échéances qui vont venir dans les cinq prochaines années. Merci. 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 Je vais parler d'une thématique qui commence à être discutée actuellement plus en Europe que dans nos pays. Est-ce que la démocratie, elle est compatible avec l'islam ? Est-ce que les musulmans, les arabes, peuvent devenir démocrates ou non ? Ça, c'était une thématique qui commence à venir sur tous ces deux ou trois derniers mois en Europe occidentale. On peut dire que c'est difficile, mais en Tunisie, on a fait preuve que ça peut arriver et on espère qu'on ne saura pas l'exception qui confirme la règle. Donc, en Tunisie, on a pu avoir un processus de transition démocratique relativement peaceful, donc paisible, avec plusieurs élections, avec une constitution votée, avec une majorité adoptée quasi écrasante qui donne les droits de la femme et qui prône le processus démocratique via des élections comme étant seul moyen de transition de pouvoir. Moi, je pense que c'est ça un petit peu le challenge. Pour la Tunisie, on va dire pourquoi on devrait... Je parle à vous, pourquoi est-ce que les Allemands, ils devraient s'intéresser ou les Européens ? Parce qu'un petit peu, la réussite de l'expérience tunisienne, de la démocratie en Tunisie, c'est un petit peu, c'est la réussite aussi du modèle européen social, la réussite d'un modèle de développement. Nous, si l'expérience tunisienne ne réussit pas, on est parti pour une vingtaine, trentaine d'années de déstabilisation et de dictature dans le sud de la Méditerranée et au Moyen-Orient. Donc la situation, elle est vraiment difficile dans la région. Ce n'est pas vraiment très loin entre la Tunisie et la Sicile. C'est moins de 130, 120 kilomètres. Donc on est vraiment les portes de l'Europe. On a un petit projet démocratique petit à l'échelle du pays qui a réussi. On a besoin de votre support pour réussir cette transition, pour votre bien aussi. Il y a beaucoup d'économistes qui font la tournée des capitales en mondiant, s'il vous plaît, donnez-nous quelques millions d'euros pour IA. Mais nous, on va dire la nouvelle génération, on ne demande pas ça, on demande des projets win-win. Si vous investissez dans la démocratie, vous allez rapidement, à court terme, avoir un retour sur investissement. Et l'investissement, ce n'est pas seulement l'argent, c'est la confiance, c'est les conseils, c'est l'échange d'expérience. Vous avez plein d'expertise et d'expérience. Nous, on veut partager, prendre un petit peu de votre savoir-faire, aider nous à réussir. Et nous, et vous ensemble, on essaiera de réussir cette transition démocratique. Il faut la consolider en Tunisie. La démocratie, ce n'est pas seulement droit, liberté, c'est dans la pratique. Faire changer au ministère de l'Intérieur, on utilise encore la torture parce que, entre autres, c'est des études qui l'ont montré récemment, parce que les policiers, ils n'ont pas été formés pour faire autrement. Pour avoir des informations, ils battent les gens. Ils ne savent pas comment faire un interrogatoire d'une manière moderne. Ils n'ont pas les moyens. Ils sont mal payés. Et donc, c'est des relations aussi. La liberté et les droits de l'homme dans des pays pauvres, ça marche difficilement. Nous, on veut développer notre économie, développer nos acquis, développer le rôle de la femme. Entre parenthèses, la femme, c'est la femme avec un grand F. C'est la garante de la démocratie en Tunisie. Et si on a réussi, c'est parce qu'on a un mouvement féminin et une femme émancipée par rapport à nos voisins. Notre réussite va peut-être, comme on dit chez nous, Inch'Allah, devenir un peu un exemple à suivre dans la région. Et on aura peut-être, dans les prochaines années, des mouvements de démocratisation des pays arabes et donc une meilleure intégration d'un point de vue économique dans le bassin méditerranéen pour le bienfait des régions du Sud et des régions de l'Europe. Et merci. Merci aussi. Vielen Dank für das Schlusswort in dieser Runde, kann man sagen. Vielen Dank auch an die anderen Beiträge. Ich fand eine sehr interessante Diskussion darüber, wie es jetzt weitergehen kann, was die Herausforderungen sind, was die Probleme sein könnten. Wir haben jetzt, wie gesagt, Zeit für Fragen aus dem Publikum. Ich sehe hier schon eine, zwei, drei Meldungen erst mal. Dort steht ein Mikrofon. Wenn Sie sich bitte kurz und präzise fassen würden und auch sagen, an wen Sie Ihre Frage richten möchten, bitte. Das ist die Dame, dann der Herr und dort hinten drei Wortmeldungen. Danach nehmen wir drei weitere Wortmeldungen. Das klappt. Shirley van Buren ist mein Name. Ich würde gerne ein bisschen mehr oder überhaupt was zur wirtschaftlichen Entwicklung hören. Wir haben gehört, die Jugend ist vielleicht oder es sieht so aus für einen Moment verloren. Ich denke, die wirtschaftliche Entwicklung ist ein zentraler Punkt, wie man die Jugend zurückgewinnen kann und müsste. Wie sehen Sie, also ich weiß nicht, beantworten soll die Frage, wer glaubt, das zu wissen. Okay, sehr gut. Ich würde, ja? Darf ich noch zu Ende? Achso, Entschuldigung, ich dachte, das wäre die Frage. Die Frage ist, wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung? Wir kennen Tunesien hauptsächlich als Touristenland und kennen aber keine Produkte wirklich sonst aus Tunesien. Die zweite Frage ist Dezentralisierung und überhaupt die Reformprozesse in den verschiedenen Institutionen. Wie sehen Sie die Kapazität Ihrer Bevölkerung, wie ist das Know-how, um auch noch regionale Institutionen mit entsprechenden Personal zu bestücken? Vielen Dank. Zwei Fragen waren das schon. Wir hatten hier eine weitere Frage und dann der Herr der Händen. Wir nehmen die drei Fragen und dann eine weitere Runde. Zatoury ist mein Name. Ich bin vom Freundschaftskreis Anada Partei in Deutschland und ich würde erst einmal erwähnen, dass dieser erfolgreicher Modell Tunesien wäre nicht machbar, wäre dann Anada Partei und der Troika immer die Diskussion und die Konflikte durch Meinungstausch immer abgeschafft hat. Zunächst möchte ich meine Frage stellen erst einmal zum Herrn Capellani. Also wir haben vieles gehört über die Sicherheitsmaßnahmen und die Sicherheitsunterstützung usw. Gibt es ein Programm, also ein richtiges Programm für große Projekte oder große Investitionen in Tunesien, damit auch die jungen Leute, die ausgebildeten jungen Leute auch Arbeit in deren Land finden können und nicht zwungen, hier nach Italien und nach Europa zu wandern. Und nächste Frage an Sie, Herr Joachim, haben Sie in der Zukunft noch eine weitere Veranstaltung, wo Sie auch die Meinung von jungen Leuten, wir haben hier 70.000 oder 80.000 Tunesier in Deutschland, die auch ihren Beitrag in Tunesien machen möchten und gerne noch sich teilnehmen wollen. Also falls es ein Programm gibt, wollen wir gerne haben. Darauf beantworte ich gleich mit ja. Das Programm gibt es zwar noch nicht, aber wir arbeiten da dran. Das ist wirklich auch ein Punkt für uns. Ich kann auch gleich auf meine Kollegin, die dort hinten in der letzten Reihe sitzt, hinweisen Frau Nasser, die auch bei uns im Büro in Tunesien arbeitet und in Deutschland gelebt hat. Und wir arbeiten genau in diese Richtung, auch die Tunesier, die in Deutschland leben und auch die jungen Tunesier in einen Dialog mit einzubeziehen. Aber das war jetzt nur die Antwort auf die letzte Frage. Ich würde gerne noch die nächste Frage des Herrn nehmen und dann die hier vom Podium beantworten lassen. Mehran Barati, meine Frage richtet sich an die tunesischen Freunde. Worin unterscheidet sich der politische Islam in Tunesien vom politischen Islam anderer Länder, die sich mit der Demokratie nicht anfreunden können? Gut, vielen Dank für diese Fragen. Die ersten beiden Fragen, die zusammengestellt wurden, waren nach der wirtschaftlichen Entwicklung besonders für Jugendliche, Chancen für Jugendliche und nach Institutionen und einer regionalen Institution, die Dezentralisierung vorantreiben würde. Die war nicht an eine bestimmte Person gerichtet. Ich würde sie vielleicht an unsere beiden Gäste aus Tunesien geben, aber bitte auch die Möglichkeit für sie zu beantworten. Dann war die Frage an Herrn Cappellani und die letzte Frage richtete sich wieder an unsere Gäste. Die ersten beiden Fragen, Jugendliche und Wirtschaftliche Entwicklung, Institutionen der Dezentralisierung in Tunesien. Vielleicht möglichst kurz, obwohl das natürlich Themen sind über die man ganze Abende und länger diskutieren könnte. D'accord. Also, ich will einfach prendre die erste Frage, die Wirtschaft und Produkte tunisien nicht genannt sind in Europa. Ja, ich confirmere. In fact, es gibt viele Produkte tunisiens locais. Da, wir haben eine richesse bei der Landwirtschaft. Und ich glaube, es gibt viele und ich glaube, es gibt viele und ich glaube, es gibt viele , in den Regionen marginalisierten und ruralen, die arbeiten über die über die Solidarität. Und ich glaube, es gibt viele In fact, es gibt viele Artisans, die arbeiten in der Tapisserie, in den Produkten locais, die Hülle d'olive, die Jasmin, alles, alles, alles sehr, 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 sehr sehr, 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 sehr und die sind nicht wertvolle. Aber ich denke, wir müssen uns auch noch ein bisschen auf den Entwicklung dieser Organisation, die arbeiten und auf die Formation professionelle bei den Artisans und Artisane. Es gibt auch ein Problem, nachdem wir diese Produkte haben, die commercialisieren. Die commercialisieren vis-à-vis der Europäne ist sehr wichtig. Ich denke, wir müssen suchen ein Modell rinnovant bei der commercialisieren diese Produkte. Ich habe mich auf diese simple, basier, nicht sehr kompliziert, und zwar, die Tunisiens sind sehr connus als Intellektuelles. Sie arbeiten über die Technologie, die Technologie, die Technologie technologische und alles. Denn in diesen Regionen, man kann arbeiten auf eine Ökonomie lokale die sich basiert auf den Produkten naturel tunisien und die auch die environment und versuchen zu les commercialisieren in der Welt, in der Europäne. Das ist ein travail, ich denke, wird auch verletzt in Tunisie. Ich komme zur Frage 3. In welcher die politik tunisien ist ein Modell sehr accompagnée durch eine education in Tunisie. Wir haben ein Modell d'Islam sehr peaceful. Es ist ein Modell d'Islam sehr pacifisch und die in der Gesellschaft tunisienne nicht polarisierte bei diesem Islam. Wir haben nicht des Schäuids und Sonnites. Wir haben ein Islam qui hat unis den Tunisien vers les valeurs in und den anderen religions. Ich denke, dass wir diese Transition haben. Es ist ein Kind unis über sein Islam. Es ist ein Modell tracet in Tunisie. Wir müssen es noch 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 mehr. Ich begin mit Ich denke, das letzte Thema, ich denke, ein vielleicht ein bisschen anders. Ich denke, dass die Unterschiede ist, dass der Politik Islam-Politik in Tunisie, die in der Nähe ist, ist viel mehr modernisierend als seine Frères in den anderen Ländern. Es ist ein Mögen, der in die Demokratie-Transitionen, und er hat gezeigt. Ich denke, dass die Tunisiens, in dieser Partie-Lieb, die Politiker-Transitionen sind viel mehr modernisierend und viel stärker in den Werten der Demokratie, als die anderen, als den Mögen des Frères musulmans in Ägypten oder in den anderen Ländern. Das schreibt viel mehr in den Themen politikern, wenn wir überreste, dass wir mehr politische Entscheidungen haben, In der Politik dieser Bewegung, das hätte auch andere resultaten. In der Jeunesse und den Produkten, und ich komme zu der Decentralisierung, Madame, die Tunisie produziert, nicht die Produkte, sie produziert, hat etwa 100 Millionen Pantale in Europa. Statistisch, es gibt eine Wahrnehmung, dass ihr Pantale in Tunisien seid. Ich weiß nicht, wie viele, vielleicht 3-4-5 Prozent. Und dann, die Pantale in Tunisie exportiert, für die Arabische und die Afrika, eine enorme Quantität der Produkte, die Produkte, die Produkte, die Pfizer, etc. sind, in Tunisie. Wir exporten viele Möglichkeiten, die Elektromäcanik, etc. Die Elektromäcanik, 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 und das 50 Prozent, sind in Tunisie, oder bei den Unternehmen internationalen Tunisien. Wir sind die größte Betriebe, die Mercedes, die BMW und Volkswagen, plus die Europäische Marken, Euronau, Peugeot, Citroën, in der Nähe von Kabel. Wir machen nicht die Technologie de Pointe, nicht die Fusels, nicht die Erbuss, nicht die Erbuss, nicht die Erbuss, nicht die Erbuss, nicht die Erbuss. Aber es ist zu sagen, dass wir agroalimentarien, die Produkte, industrielle, selon certains Types, etc., plus eine Industrie de Service, ein Français, wenn sie auf zwei, wenn sie auf den Telefon, für eine Information zu stellen, ist, dass sie in Tunisie sind in Marokke, oder in Tunisie. Also, es gibt ein paar Services. Es gibt ein Wunsch auf die Valorisierung von diesen Produkten. Wir produzieren viele Produkte, die Meilleure Orange und die Maltäische sind produziert in Tunisie, etc. Au niveau Marketing, es gibt ein Unterschied. Und das, ich will auch machen, dass wir nicht die Expertise haben, die Produkte zu verändern, die Produkte der Terroir und die Richeste, auf die Lokale. Warum? Weil, unter anderem, weil die Decisions se prenden au niveau central. Und wenn man wirklich auf dem Macro geht, man tut tut die Diversität, die auf dem Macro geht. Und man nicht auf die Menschen die Möglichkeit, zu valorisieren, die Produkte, auf dem Régionale. Und wenn sie die Valorisierung valorisieren, dann geht es nicht auf die Veränderung, sondern auf die Menschen, die in den Wunschluss waren. c'est une logik d'une administration qui était très corrompue toute la valeur ajoutée elle est consommée au niveau central question très pertinente est-ce que on a au niveau local assez de compétences pour gérer des problématiques et des projets de décentralisation valables au niveau de la planification de l'exécution des projets et au niveau de suivi, évaluation des politiques faites au niveau local moi je te dis actuellement non Non, on n'a pas. Und so, der Projekt de dézentralisierung ist ein Projekt sehr ambitieuse. L'administration tunisienne, in gros, ist faible. Es war eine Administration basée auf den klientalismus, seit einigen Jahren. Aber es hat aber eine bestimmte... Das ist sie, in den letzten Jahren, in den letzten Jahren, wo es keine politische Entscheidung war, ist ein bisschen wie den Beispiel belgen. Wir, ich kann sagen, wir haben, ohne Gouvernement, seit eine gute Zeit. Pendant die Révolution, nachdem es gab, ein Gouvernement, ein Gouvernement, das war. Also, dass wir malen Gouvernementen, auch mit seinen Fäblessen, ist, schon auf dem Niveau local, auf dem Niveau central. Wir haben einen sehr großen Erfolg zu machen, in termes von Formation, und in dem Veränderung, und die Verbrauchung von der Verbrauchung auf den Räumen. Wir, zum Beispiel, in unserer Organisation, haben wir mehr von 6.000 Volontäern. 4.000, auf jeden Fall waren, 4.000 Personen. Das sind die Jungen. Wir haben die Jungen, malzahe der Jungen, dass die Jungen nicht praktisch gesehen haben, dass sie ihren Verbrauchung haben, nach der Révolutionen. Die Jungen, die Verbrauchung haben, haben sie verloren. ihr emploi, und malgré das, es ist die Situation, es ist schwierig, und malgré das, wir erreichen, und das ist unser Ziel, der soziale Städte-Civille, nicht nur zu machen, sondern in den Hôtels, sondern direkt im Kontakt von diesen Jungen, und zu helfen, zu finden, zu valorieren, zu helfen, zu helfen, zu helfen, und zu helfen, zu entscheiden, und zu helfen. Und wenn sie glauben, wir sagen, in Schall, dass es die nächsten Ereignisse und zu helfen, in 12, in 18 Wochen, und das, wir werden ihnen helfen, die Jungen, die Frauen, zu werden, und zu helfen, und zu schützen, zu werden, mit ihren Handeln, weil, wenn sie nicht, nichts verändern, wird es nicht verändern. Vielen Dank. Kurz eine Antwort auf die Frage zu dem politischen Islam, und dann würde ich an Herrn Capellani geben die Frage nach den Projekten der EU. Tunesien unterscheidet sich, glaube ich, aufgrund von drei, vier Punkten sehr stark, die tunesische islamistische Bewegung. Erstens gab es in Tunesien schon Ende des 19. Jahrhunderts eine Reformbewegung. Zweitens hat Tunesien traditionell eine sehr bildungsorientierte Gesellschaft. Schon unter dem Beys wurden Bildungsreformen durchgeführt. Und vor allem glaube ich, dass auch die Islamisten in Tunesien letztlich ein Produkt, in Anführungszeichen, der burgibistischen gesellschaftlichen Reformen sind. Und es gab, und das mag ein Zufall sein, in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren, kamen ein paar Personen zusammen in Tunesien, die sehr früh die Frage nach Islam und Demokratie diskutiert haben. Neyfer, Djurshi, Ranoushi. Und haben damit Grundlagen gelegt. Es gab eine Zeitschrift, die in der ganzen arabischen Welt gelesen wurde, Ende der 80er Jahre, 1521, also 1521, von sogenannten progressiven Islamisten. Das heisst, es gab in Tunesien eine innerislamistische Debatte. Das gab es in Ägypten nicht. Da waren die Muslimbrüder bleischwer mit ihren Führern, die sagten, wo es lang ging. Der Islamismus in Tunesien war von Beginn an schon pluralistisch in sich. Und ich glaube, das ist ein grosser Unterschied. Aber der Herr, der dort sitzt, weiß das bestimmt besser als ich, der Herr nach da nahe steht. Vielleicht Thema einer nächsten Runde hier. Aber Herr Kavellani, bitte. Die Frage nach den Projekten der EU und Beschäftigung von Jugendlichen, wenn ich Sie richtig in Erinnerung habe. Vielen Dank. wo man die Produkte von Terroir, von Pain, etc. Und es gibt die Produkte in Boite, die Tomaten, die sich in Erinnerung und die Produkte von Tunisien und die sich in den Europäischen Projekten. Ich habe, vor allem, eine Frage sehr, die Tourismus mit den Produkten von Terroir. Und ich denke, das ist eine Frage, dass wir, dass wir, wenn wir, die Systeme ökonomische die existierten während der Diktatur, die Tourismus Il a été organisé autour des grands hôtels, autour des grandes villes, sur la côte. Pourquoi ? Parce que ça permettait de favoriser une économie de rente. Les amis du système au pouvoir, qui bénéficiaient des crédits pour construire des hôtels, donner des emplois, etc., au même temps, ça répondait à une logique de la dictature qui ne voulait pas que les gens, les touristes, rentrent en contact avec la population à l'intérieur. Wir, als Tunisien, in tant que Tunisien, können Sie nicht in die Touristen zonen, wo es die Hotel für Europäer und die Strecke sind, sondern die Menschen, die in den Zonen gearbeitet haben. Aber sonst, es gab die Polizei. Ein Tunisien nicht in die großen Touristen zonen, in der Karte tunisien. Unter der Frage des Ökonomischen Developmenten, es gibt es sehr wichtig, bei den neuen Autoritäten. Die Frage der dézentralisieren, wir sind alle d'accord. Es muss sich um die Investitionen auf der interior, sondern auf die Kote, etc. Aber wie werden wir das? Wie werden wir das machen? Nein, die Europäische Union hat nicht ein Projekt für die Jeunesse tunisienne. Die Europäische Union hat die Projekte des Tunisiens, die Autorität tunisiennes zu finden, so keine Lösung kommt aus dem Europäischen Union. Es gibt es mögliche, die Menschen sagen, dass es die Röle der Städte und die Städte zu schaffen, mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Es gibt andere Menschen sagen, dass es die Röle der Städte und die Städte zu schaffen, und die Städte zu schaffen, um mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Die Städte nicht heute nicht zu helfen, zu den Fragen, um die Arbeitsplätze zu schaffen. Es gibt also eine wichtige Frage, die sich heute an der Städte tunisiennes zu stellen, an der Städte tunisiennes zu stellen, für die es keine Antworten zu finden. Es ist an der Tunisie zu finden, diese Antworten zu finden. Und dann, wie wir, zum Beispiel, die Offen der LECA, und ich habe das Frage zu den Produkten, wie wir heute sagen, dass die Produkten tunisiennes nicht in Europa kommen können, weil Europa ist sehr exigend. Es gibt die Qualität des Produkten, die Qualität des Produkten, der Respekt des Environment, das, was für ein Produkten tunisien, es sehr schwierig zu können in Europa kommen. Es gibt auch die Exceptionen, wir haben gesagt, wie wir die Lügel, die Lügel, aber normalerweise ist es sehr schwierig. Und so, wir sagen, wir sind bereit, Sie zu helfen, 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 zu helfen, Sie zu helfen, zu produzieren, die Produkte in den Marken kommen können. Das ist die Dynamik und die Logik, die wir arbeiten. Und für den Resten, es für den Tunisienn zu finden, ihre eigene Lösung, ihre eigene Modelle. Und Europa ist sicherlich, die Tänische, die wir unterstützen, die wir unterstützen, die wir unterstützen. Vielen Dank. Hier kam noch der Wunsch nach einer Äußerung. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich einen ziemlichen Rundumschlag gemacht. Wir haben verschiedene Themen besprochen, die großen Reformprojekte, die einstehen, die großen Fragen, die gelöst werden müssen nach Beschäftigung, Strukturreformen, eine andere ökonomische Politik. Am Rande haben wir auch noch die Frage gestreift, inwieweit Islamismus und politischer Islam eine Rolle gespielt hat. Ich finde, wir haben damit eine gute Bandbreite in der Diskussion gehabt. Und möchte mich ganz herzlich bedanken bei unseren Gästen aus Tunesien hier auf dem Podium und auch unseren Gästen aus Brüssel und aus Berlin hier. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank an Sie für Ihr Interesse, für die Fragen und Beiträge in der Diskussionsrunde. Und ja, hoffentlich bis bald. Vielleicht eines der Themen, die Sie zum Beispiel angeschnitten haben. Und ja, ich freue mich auf eine weitere Diskussion und bin sehr gespannt, was wir in der nächsten Woche wissen werden. Wahrscheinlich, wie es politisch weitergeht, zumindest wie die Regierung zusammengesetzt sein wird. Herzlichen Dank. Applaus 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 Applaus